Hallo, hier zeige ich heute ein paar Bilder von Amsterdam im Second Life. Dieses Amsterdam wurde sehr schön, sehr detailbetreu, sehr liebevoll von Stroker Serpentine, einem Avatar, hier in Second Life nachgebaut und inzwischen an einen Holländer für 50.000 Euro verkauft. Sehr schön sind die vielen Krachten, die man hier in Amsterdam im Second Life sieht, wo man spazieren kann und viele nette Leute oder andere Avatare trifft. Die Schattenseite der schönen bunten Glitzerwelt, auch hier im Second Life. Ja, das Ajax-Stadion von Amsterdam findet man nicht in Amsterdam selbst. In Second Life ist das auf einer anderen Insel und zwar gibt man am besten in der Suche Ajax Arena ein und dann kann man sich direkt dorthin teleportieren.